Die letzten Jahre waren keine einfache Zeit. Überkapazitäten und schwache Erlöse haben unserer Branche zugesetzt. Auch wir standen vor vielen Herausforderungen und mussten harte Entscheidungen treffen. Und jetzt, 2018, haben wir zum zweiten Mal in Folge eines der erfolgreichsten Jahre unserer Geschichte hingelegt. Weil alle mit angepackt haben. Danke. Danke für euren unermüdlichen Einsatz. Danke fürs Ärmelhochkrempeln. Danke, dass ihr Lufthansa Cargo wieder an die Spitze gebracht habt. Danke fürs Zusammenhalten. Danke für Innovationen, die ihr angeschoben habt. Danke, dass ihr unsere Digitalisierung so schnell vorantreibt. Danke, dass weniger Papier rumfliegt. Danke fürs Coolbleiben, selbst an stressigen Tagen. Danke für so manchen lebensrettenden Einsatz. Danke für das Kinderlachen. Danke, dass ihr Weihnachten auf der ganzen Welt bunter macht. Danke, dass ihr an Bord seid. Ganz einfach Danke. Danke für ihre harte Arbeit und ihr Engagement. Danke für die unglaublichen Leistungen, die sie in diesem Jahr gezeigt haben. Und im nächsten Jahr wird es mit unseren drei neuen Frachter ganz sicher gut weitergehen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr. K Centervar. Danke. Danke. K worshipك题. K es gut zusammen.